Aus dem Kodex Theodosian Die Urteile der alten Schriftsteller über das Christentum der Frühzeit wären zahlreicher, hätten nicht die ersten christlichen Kaiser alle gegen die Kirche gerichteten Schriften im Auftrage derselben verbrennen lassen. Vorwort des Herausgebers Der Holländer Dr. Jan Gerhardus Othema, der die Ur-Era-Linder-Handschriften, kurz ULH, erstmals im Jahr 1872 der Öffentlichkeit mit seinem Buch »Ted-Ora-Linder-Book« vorgestellt hatte, wurde wegen dieses Buches, ebenso wie Cornelius over the Linden, dem Besitzer des Originals aus dem 13. Jahrhundert, von allen möglichen Seiten in übelster Weise angegriffen und verleumdet. Es dürfte einfach nicht wahr sein, dass die europäischen Völker plötzlich Unterlagen und Beweise für eine jahrtausendealte Kultur, Seeschifffahrt und so weiter, insbesondere eine uralte Sprache mit eigener Buchstabenschrift besaßen, ja, sogar die Erfinder des Alphabets waren. Hatte doch die katholische Kirche bei ihrer gewaltsamen Christianisierung der verschiedenen Stämme und Völker Europas sämtliche eigenständigen Kulturen ebenso zerstört wie verbrannt, wie sie dies noch vor wenigen Jahrhunderten mit dem Kulturbesitz der amerikanischen Urbevölkerung getan hat. Die Vorwürfe des Betruges und der Fälschung gegenüber Dr. Othema und Over the Linden wollten kein Ende nehmen. Das ging sogar so weit, dass die Feinde der OLH von dem echten Original, das auf ausländischem Papier aus dem 13. Jahrhundert geschrieben war, eine vollständige Abschrift auf Papier aus dem 19. Jahrhundert anfertigten, dieses neuzeitliche Papier anschließend im Rauch auf Alt trimmten, es danach gegen das echte Original austauschten und letzteres verschwinden ließen. Nach diesen Vorarbeiten ließ man die Abschriften auf dem künstlich im Rauch gealterten Papier von Sachverständigen, denen gegenüber man vorgab, dass es sich um die echten Originale aus dem 13. Jahrhundert handeln würde, untersuchen. Diese kamen dann natürlich, wie geplant und erwartet, zu dem Ergebnis, dass die ihnen zur Prüfung vorgelegten Papiere aus dem 19. Jahrhundert stammten und nicht älter als 25 Jahre sein. Mit derartigen hinterhältigen Machenschaften versuchten die Feinde Othemas und Overdelindes, die OLH endgültig als Fälschungen aus dem 19. Jahrhundert abzutun. Selbst Hermann Wirth ist auf diesen Betrug hereingefallen, als er das Papier der Fälschung um 1934 untersuchen ließ. Natürlich musste das Ergebnis sein, dass es sich um Papier aus dem 19. Jahrhundert handelte, denn das echte Original aus dem Jahre 1256 ist ja gegen die Fälschung ausgetauscht worden. Da Othema die Transkription der ingeowonischen Originaltexte 1872 zusammen mit der jeweiligen Übersetzung ins Holländische veröffentlicht hatte, konnte der Inhalt der OLH nicht mehr aus der Welt geschafft werden. Dies hätte eigentlich mit dem Vorwurf der Fälschung, wie zuvor gezeigt, erreicht werden sollen. Die Fälscher hatten nach dem Erscheinen von Ted Oera Linda Bock im Jahr 1872 und der zweiten Auflage im Jahr 1876 ein riesiges Problem, das bisher noch nicht richtig erkannt und gewürdigt worden ist. In seinen Ausgaben von 1872 und 1876 hatte Othema jeweils eine einzige Seite des echten Originals, das Blatt 45, als Faximile, das war damals schon möglich, abdrucken lassen. Da auch der Inhalt dieser einen Seite vom Fälscher auf Papier aus dem 19. Jahrhundert übertragen werden musste, damit die Fälschung nicht sofort offenkundig wird, musste das Blatt 45 Zeile für Zeile und Buchstabe für Buchstabe genau so abgeschrieben werden, wie es von Othema in beiden Auflagen das Oera Linda Bock in Faximiles von dem echten Original aus dem 13. Jahrhundert abgedruckt war. Dieses ist dem Fälscher, wie der Herausgeber bereits im Jahr 1993 zeigen konnte, nicht gelungen. Diese Feststellung wäre bei einem sorgfältigen Vergleich des Faximiles des Blatt 45 mit der in der Provinzialen Bibliothek zu Leuwarden aufbewahrten Fälschung schon vor Jahrzehnten möglich gewesen. Nachfolgend wird in diesem Buch die in der Bibliothek von Leuwarden aufbewahrte Fälschung der OLH-Texte durchgehend mit Abschrift bezeichnet. Immer wenn, auch bei Anmerkungen zu Übersetzungen, Bezug auf die Abschrift genommen wird, ist damit die in der Bibliothek aufbewahrte gefälschte Abschrift der OLH auf dem Papier aus dem 19. Jahrhundert gemeint. Trotz aller Propaganda gegen die OLH befassten sich immer wieder wahrheitsliebende Menschen mit dem Inhalt dieser aus der europäischen Frühzeit stammenden Geschichtsschreibung. So veröffentlichte Hermann Wirth 1933 die Uralinda-Chronik mit einer Übersetzung der OLH ins Deutsche, mit einer umfangreichen Diskussion der geschichtlichen Inhalte. Im Jahr 1941 erschien in Den Haag eine Veröffentlichung des Holländers August Heiting zu dem Thema »Das Geheimnis des Uralinda-Buches«, in der er sich sehr objektiv mit den OLH auseinandersetzt. Besonders bemerkenswert ist die Äußerung von Heiting, der selbst nicht an eine Fälschung glaubte, dass die OLH, selbst wenn sie eine Fälschung wären, allergrößte Weltliteratur seien. Der durch die Veröffentlichung von Wirth wieder in Gang gesetzte Streit um die Echtheit der OLH endete dann vorerst nach einer Podiumsdiskussion zwischen Wirth, Neckel, Jakob Friesen, Wüst, Hübner und anderen in der Berliner Universität Anfang Mai 1934. Wirth wurde mit seinem Einsatz für die OLH in Grund und Boden diskutiert und die eigentlich unwissenschaftliche Broschüre von Arthur Hübner mit dem Titel »Hermann Wirth und die Uralinda-Chronik« sorgte dafür, dass seit diesem Ausspracheabend kein Wissenschaftler mehr als seriös galt, der es wagte, die behauptete Fälschung der OLH anzuzweifeln. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurde innerhalb der Organisation Ahnenerbe, die Himmler unterstand, heimlich an der Frage der Echtheit der OLH weitergeforscht, jedoch ohne wesentliche neue Erkenntnisse. Himmler und Rosenberg verboten im Jahr 1936 eine öffentliche Diskussion über die Uralinda-Chronik. Ausschlaggebend war, Zitat, ausschließlich die Auffassung des Reichsführers SS. Doinker wollte 1938 eine Übersetzung der OLH veröffentlichen, dieses wurde jedoch von den verschiedenen Mitarbeitern des Ahnenerbes in hinterhältiger Weise verhindert. Nach dem Zweiten Weltkrieg befassten sich mit den OLH und der Behauptung ihrer Fälschung vorwiegend sachkundige Laien, Professoren hatten ja einen guten Ruf zu verlieren, von denen ich hier auf deutscher Seite besonders Emil Sturm, Hertha Fritsche und Siegfried Schröder in ehrendem Angedenken hervorheben möchte. Der Lühe Verlag beabsichtigte schon seit seiner Gründung vor 25 Jahren, die OLH in deutscher Sprache herauszugeben. Zuvor sollte jedoch eindeutig geklärt werden, ob die OLH nun eine üble Fälschung seien oder auf echte Ursprünge zurückgeführt werden können. Mit den diesbezüglichen Forschungsarbeiten ist der Herausgeber nunmehr seit über 40 Jahren befasst und aufgrund seiner Entdeckungen heute, ebenso wie schon Othema im Jahr 1871, fest davon überzeugt, dass die ursprüngliche Originalabschrift des Hido Oera Linder aus dem Jahre 1256, die seinem Nachfahren Cornelius Overdelinden und dem Konrektor des Gymnasiums von Leuwarden, Dr. Jan Gerhardus Othema, vorgelegen hatte, keine Fälschung war. Eine Fälschung ist jedoch, wie schon dargelegt wurde, die heute in der Bibliothek von Leuwarden aufbewahrte Handschrift, die eine vorsätzliche, zum Zwecke der Täuschung auf Papier aus dem 19. Jahrhundert angefertigte Abschrift des echten Originals ist. Der textliche Inhalt des echten Originals, als auch der künstlich im Rauch gealterten Fälschung, wird durch die Täuschungsabsicht nicht berührt, da er in beiden Fällen, bis auf geringfügige Versehen beim Abschreiben, der gleiche ist. Eine sehr wichtige Aufgabe war es, herauszufinden, wodurch die große Naturkatastrophe, der Untergang von Atlant, mit der die Jahreszählung in den Oera Linder-Handschriften begann, ausgelöst bzw. verursacht wurde. Hatte diese in der in den OLH angegebenen Zeit von 2193 vor der Zeitrechnung überhaupt stattgefunden? Es muss eine Katastrophe gewesen sein, über die von vielen verschiedenen Naturvölkern berichtet wird und die unter anderem wahrscheinlich zur gleichen Zeit wie die Sintflut des Alten Testaments stattgefunden haben muss. Der Himmel in Europa war während der Katastrophe des Untergangs von Atlant durch Wolken verhangen, siehe Blatt 4950, aber damals konnte man, 2193 vor der Zeitrechnung, offensichtlich in Mesopotamien die Stern- und Planetenstellungen beobachten und beschreiben. Die Babylonier hatten sogar ein eschatologisches System entwickelt, wonach Weltenwende und der Untergang der Welt im Feuer stattfinden sollen, wenn sich alle Götter bzw. die Planeten im Tierkreiszeichen des Krebses treffen. Dann ist Weltenwende, Zitat, dann findet der Untergang der Welt im Feuer statt. Um eine solche Voraussage machen zu können, müssen die Babylonier zuvor den Untergang der Welt im Wasser bzw. der Sintflut erlebt haben, als alle Planeten am Himmel im genau gegenüberliegenden Sternbild des Steinbocks gestanden haben. Nichts war für den Herausgeber nunmehr leichter, eine reine Mathematikaufgabe, als auszurechnen, wo die Planeten beim Untergang der Welt im Wasser, dem möglichen Untergang von Atlant, der Sintflut, im Jahre 2193 vor der Zeitrechnung gestanden haben, als die Erde gemäß OLH drei Jahre lang leidend gewesen war. Und was ergab nun diese Berechnung? Alle Planeten standen genau im Tierkreiszeichen des Steinbocks, aber nicht im Jahre 2193 vor der Zeitrechnung, sondern im Jahre 2192 vor der Zeitrechnung. Trotzdem Volltreffer. Als Ursache ließ sich ein Riesenkomet ermitteln, der im Sommer des Jahres 2193 und 2192 vor der Zeitrechnung die Erdbahn gekreuzt hatte. Es war der im Juli des Jahres 1862 von den Astronomen Lewis Swift und Horace Parnell-Tuttle entdeckte Komet 1862-3, der später den Namen seiner Entdecker erhielt. Doch die von den Astronomen errechnete Umlaufzeit des Swift-Tuttle von 120 Jahren schien nicht zu stimmen. Sie passte nicht zu den Berechnungen des Herausgebers. Da der Swift-Tuttle zuletzt im Jahre 1862 beobachtet worden war, rechneten die Astronomen aufgrund der ermittelten Umlaufzeit von 120 Jahren mit seiner Wiederkehr im Jahre 1982. Aber der Komet von 1862-3, also auch Swift-Tuttle genannt, erschien nicht. Außer Sternschnuppen war nichts gewesen. Der Komet blieb anscheinend verschwunden. Doch als niemand mehr damit rechnete, erschien der Swift-Tuttle plötzlich mit einer 10-jährigen Verspätung im Jahre 1992. Die Astronomen des 19. Jahrhunderts hatten eine falsche Umlaufzeit berechnet. Mit der neuen, berichtigten Umlaufzeit des Kometen war plötzlich alles schlüssig. Mitfliegende Teile des Swift-Tuttle sind im Jahre 2193 v. Chr. nach der christlichen Zeitrechnung bzw. rein mathematisch im Jahre 2192 v. der Zeitrechnung an verschiedenen Stellen in die Erde eingeschlagen und haben dadurch die riesige Naturkatastrophe, wie sie in den OLH beschrieben wird, ausgelöst. Nachdem die Umlaufzeit des Swift-Tuttle im Jahr 1992 berichtigt worden war, stellten die Astronomen fest, dass dieser Komet schon zuvor in den Jahren 69 v. der Zeitrechnung und 188 nach der Zeitrechnung in China und 1479 und 1737, in Klammern Komet Kegler, in Europa beobachtet worden war. Auch die von Joachim Rittstieg bei der Entschlüsselung des Maya-Kalender ermittelten Untergänge des alten Maya-Reiches 667 v. der Zeitrechnung und des neuen Maya-Reichs 1224 nach der Zeitrechnung fanden zu Zeiten statt, in denen der Swift-Tuttle die Erdbahn kreuzte. Schließlich könnten auch die Kriegszüge der sogenannten Seevölker und die Untergänge verschiedener Mittelmeerkulturen mit einer erneuten Katastrophe bei der Wiederkehr dieses Kometen im Jahre 1193 v. der Zeitrechnung zusammenhängen. Zwei Jahre nach diesem Ereignis sollen die sogenannten Seevölker Ägypten angegriffen haben. Soweit einige Nebenergebnisse der Forschungsarbeiten des Herausgebers. Über die Wiederkehr des Kometen Swift-Tuttle und die durch ihn verursachten Katastrophen hat der Herausgeber die beigefügte Tabelle erstellt. Neben der Verschiebung der Erdachse, den Erdbeben und dem Ausbruch von Vulkanen war die Hauptplage im Jahr 2193 v. der Zeitrechnung offensichtlich der Untergang der Welt im Wasser. Es dürfte leicht vorstellbar sein, dass große Gesteinsbrocken, die mit Geschwindigkeiten von ca. 40 km pro Sekunde ins Mittelmeer oder in den Atlantik stürzen, Tsunamis mit einer Höhe von 40 m oder mehr auslösen konnten. Nach der letzten Eiszeit hatten sich im nordwesteuropäischen Tiefland bis hoch zur heutigen Doggerbank riesige flache Binnenmeere gebildet, die allmählich zuwuchsen und riesige Torfmoore bildeten. Was würde nun wohl mit diesen großen Moorflächen passieren, wenn im Jahr 2193 v. der Zeitrechnung nach dem Einschlag von Kometenteilen in den Atlantik sich Tsunamis von 40 bis 80 m Höhe vor der heutigen nordwestdeutschen Küste mit ihren eiszeitlichen Erdmoränen aufstauen würden? Diese Hochmoore würden aufschwimmen und mit darauf stehenden Bäumen, reetgedeckten Fachwerkhäusern mit Mann, Maus und Vieh in den Nordatlantik hinausgezogen werden. Nur so ist es vorstellbar, dass riesige Flächen Landes verloren gegangen sind. So etwas kann keine noch so große Sturmflut bewirken. Und wie der Zufall es will, es gibt für diese Möglichkeit heute tatsächlich noch ein kleines Beweisstück. Im Jadebusen in Norddeutschland gibt es vor dem Seedeich von Seestedt ein letztes Stück schwimmendes Moor mit völlig eigenständigem Pflanzenbewuchs. Bei Flut schwimmt das Moor auf und bei Ebbe senkt es sich wieder ab. In Fredericks Bericht in den OLH über eine schwere Flutkatastrophe im Jahr 305 vor der Zeitrechnung wird etwas Vergleichbares mitgeteilt. Vom Blatt 116, Zitat An die Küste von dem Fliehmeer sind, wie gemeldet wurde, 30 Salzseen gekommen, entstanden durch die Wälder, die mit Grund und allem fortgetrieben wurden. Zu Westfliehland waren es sogar 50. Selbst bei einer besonders hohen Flutkatastrophe im Jahre 305 vor der Zeitrechnung wurden noch große schwimmfähige Moore mit Baumbewuchs fortgetrieben. Wie viel Land muss dann erst im Jahr 2193 vor der Zeitrechnung mit Mann und Maus in den Atlantik fortgetrieben worden sein, als beim babylonischen Untergang der Welt im Wasser, der biblischen Sintflut, riesige Meteoriten, Begleiter des Kometen Zwift-Tuttle, in die Ozeane stürzten. So stellen wir in diesem Vorwort erneut die inzwischen 140 Jahre alte Frage »Glaubst du noch an die Echtheit der Oära-Linder-Handschriften?« Und die Antwort lautet »Ich glaube nicht nur an die Echtheit der OLH, ich weiß und kann beweisen, dass der Inhalt dieser alten Chronik wahr ist und dass ein Fälscher, wenn es denn einen gegeben hätte, in der Mitte des 19. Jahrhunderts niemals in der Lage gewesen wäre, die verschiedenen, in den OLH geschilderten, geschichtlichen Ereignisse zu erfinden.« Beginnen wir mit der Jahreszahl, 2193 vor der Zeitrechnung, dem Jahr des Untergangs von Atlant. Wie hätte ein Fälscher um 1850 auf den Gedanken kommen können, dass der zwölf Jahre später erschienene Komet 1862-3 oder Zwift-Tuttle vor über 4000 Jahren der Auslöser einer der schwersten Naturkatastrophen war, die die Menschheit in geschichtlicher Zeit am 9. Juni 2192 vor der Zeitrechnung mathematisch oder am 9. Juni 2193 nach Christenrechnung erleben musste. Und gegen 2000 vor der Zeitrechnung waren die Frias, von denen die frühe Geschichte in den OLH erzählt wird, die einzigen, die zur See fahren konnten. Schon damals fuhren sie auch, wie zum Beispiel Thünis, für die reichen ägyptischen Könige. Viele Küstengebiete des Mittelmeers und Teile der Sahara wurden von dem Volk der Frias bewohnt. Sie waren die Verwandten unserer Vorfahren im heutigen Holland, Dänemark und Deutschland. Ganz Palästina, auch das heutige Israel, war vor 4000 Jahren von unseren Leuten den Frias besiedelt. Die Bezeichnungen Phönizia, Philister und Kanaaniter waren Namen der Frias, die vor Jahrtausenden Menschen unserer ureigensten eigenen Herkunft waren. Die Bezeichnung Kanaaniter zum Beispiel, die des Landes Kanaan für Bauern und Seeleute, die eng mit den Frias in Nordwesteuropa verwandt waren, ist ingeowonisch, das überalte Altfriesisch aus den OLH. Um 2000 vor der Zeitrechnung war es etwas Außergewöhnliches, dass ein bestimmtes Volk, die Frias, zur See fahren konnten. Von daher haben die Kanaaniter ihren Namen aus dem ingeowonischen erhalten. Er entstand aus Kana, für Kähne oder Schiffe, und H, haben, und bedeutet, diejenigen, die Schiffe haben. Unsere Kanaaniter waren schon über 1000 Jahre in Palästina, das heißt Friasland, ansässig, als sie von einem israelischen Heer unter Joshua gegen 1000 vor Christus vor der Zeitrechnung vertrieben worden sein sollen. Bei den Rabbinern hat sich durch die mündliche Lehre das Wissen erhalten, dass die Kanaaniter mit der frühen nordeuropäischen Bevölkerung verwandt sein sollen, denn der bedeutende Bibelerklärer Rabbi David Kimschi sagt, Zitat, Es wird durch die Tradition oder mündliche Lehre gesagt, dass die Einwohner von Deutschland Kanaaniter seien, dann als die Kanaaniter vor dem Joshua, aus Furcht getötet zu werden, sich wegbegaben, wie wir über das Buch Joshua geschrieben haben, gingen sie in das Land Alemania, welches Deutschland genennet wird, und sie werden dieselben, nämlich die Deutschen, noch heutigen Tages Kanaaniter geheißen. Zitat Ende aus Rabbi David Kimschi und zitiert nach Eisenmenger Entdecktes Judentum 1711 Und ein weiterer Beweis für die Echtheit der OLH ergibt sich aus einem einmaligen archäologischen Fund. Ende des 14. Jahrhunderts, vor dem Beginn unserer heutigen christlichen Zeitrechnung, also vor der Zeitrechnung, sank vor der Landzunge Ulu Burun im südwestlichen Kleinasien, ein mit etwa 20 Tonnen kupferbaren Zinn, Glas, Perlen, Ebenholz, Elfenbein, Gewürzen und Amphoren beladenes antikes Handelsschiff. Dieses älteste Meereswrack der Welt wurde von dem Unterwasserarchäologen Zemal Pulak vom Institute of Nautical Archaeology in Texas erforscht. Er kam zu der Feststellung, dass es Kanaanäer, auch Kanaaniter genannt, gewesen sein sollen, die dieses uralte Handelsschiff Ende des 14. Jahrhunderts vor der Zeitrechnung gesegelt hatten. Somit schließt sich der Kreis. Die kanaanitischen Seeleute des um 1400 vor der Zeitrechnung untergegangenen Frachtschiffes von Ulu Burun waren Verwandte der Frias aus den OLH, die zur damaligen Zeit im Gebiet von Nordeuropa siedelten und von sich selbst sagten, dass sie damals, vor 4000 Jahren, die einzigen waren, die zur See fahren konnten. Siehe OLH Blatt 47 Und es gibt noch einen interessanten Beweis für die Richtigkeit der Swift-Tuttle-Zeitskala und damit auch für die Echtheit der OLH. Um das Jahr 2000 erschien im Dagmar-Drewes-Verlag das Buch »Atlantis-bezogene Chronologie der Maya« oder »ABC der Maya« von Joachim Rittstieg. Es gelang dem Verfasser Rittstieg, die verschiedenen Maya-Kalender zu entschlüsseln. Aufgrund der Entschlüsselung konnte Rittstieg auch exakte Angaben über den Beginn der Maya-Kultur, die Begründung des alten Maya-Reiches sowie über stattgefundene Katastrophen machen. In Verbindung mit diesem Vorwort interessieren vorrangig die den Maya-Völkern zugestoßenen Naturkatastrophen, deren eventuellen Ursachen und ob deren Jahresdaten mit den zuvor dargelegten Kalendersystemen und der Wiederkehr des Kometen Swift-Tuttle korrelieren könnten. Die Untersuchung hat ergeben, dass die von Rittstieg ermittelten Daten ohne Bruch mit dem OLH- oder Swift-Tuttle-System korrelieren. Somit liegt hier ein weiterer Beweis dafür vor, dass das Zeitrechnungssystem der ORR-Linder-Handschriften keine Fälschung sein kann. Abschließend kann aus den geschilderten Tatsachen gefolgert werden, dass die OLH inhaltlich keine Fälschung sein können. Sie enthalten geschichtliche und astronomische Hinweise, die ein eventueller Fälscher um das Jahr 1860 herum niemals hätte erfinden können. Und es liegen neueste Erkenntnisse vor, die die Echtheit der OLH unwiderlegbar bestätigen. Es ist daher an der Zeit, dass die ORR-Linder-Handschriften endlich in vollständiger ingeowonisch-deutscher Übersetzung in Druck gehen. Mein besonderer Dank gilt Cornelia Volt, der Urenkelin von J. Beckering-Winkers, einem erbitterten Gegner Othemas, die mir viele holländische Texte von Othema und Beckering-Winkers ins Deutsch übersetzt hatte. Frau Volt ist der Ansicht, dass ihr Urgroßvater J. Beckering-Winkers mit seinen Broschüren gegen das ORR-Linder-Bock in den Jahren 1876 und 77 im Unrecht war. Zugleich ist es dem Lühe Verlag ein besonderes Bedürfnis, die Familie Over de Linden und den Herausgeber des ORR-Linder-Buches im Jahre 1872, Dr. J. G. Othema, zu rehabilitieren und beide von sämtlichen Vorwürfen der Fälschung und des Betruges freizusprechen. Was konnte es Größeres geben, als den europäischen Völkern die ihnen von den Priestern und christlichen Fürsten geraubte Geschichte zurückzuschenken? Geschrieben in Moorkirch am 9. Juni 2013, dem Jahrestag, an dem Atlant vor 4206 Jahren versank. Mit Untertitelung des ZDF, 2020